Dies ist eine Ode an Himmelsrands Stadt. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Wo ist denn Delfin? Das würde ich gerne mal wissen. Wir sind... Quests. Ich muss da durch. Der singt jetzt echt hier. Oh Gott. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er noch immer da? Die ist noch immer da? Das gibt es doch nicht. Ich war da nochmal drin. So. Ich habe den jetzt einfach mal getötet. Ich habe gedacht, komm. Weiße, schadet ja nichts. Tut mir zwar ein bisschen leid irgendwie, aber ist mir auch egal. Ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich jetzt auch eine Belohnung. Vielleicht würde das jetzt hier meinen. Sag mal, haben die das hier? Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Bei den Göttern. Das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt, wohin das alles führen würde. Legendäre Drachen. Dovengarde. Wenn es nach ihm geht, die Graube. Denkt darüber nach. Nein. Vertraut mir. Es gibt keine... Habt ihr euch entschlossen, das Richtige zu tun? Ich wusste, wir könnten auf euch zählen. Ich bin froh, euch wieder auf unserer Seite zu wissen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu auf... Wenn ihr Leute... Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den... Seid ihr sicher? Wer bei uns Mitglied werden will, muss einen... Nun gut. Wenn ihr weitere Kandidaten findet, bringt sie her. Genau wie es in der Anflüge ist, wenn man angekündigt wurde. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich hab an euch geglaubt... Bei meiner Ehre. Ich schwöre, Tamriel von Drachen zu säubern. Dass ich diesen Tag erleben würde. Was gibt es? Die Frage... Es gibt keinen größeren Fall... Als ich jung... Sie glaubt... Wie sicher... Ich gehör... Aber dann kehrt... Und dass wir geschworen hatten, dass Drachen... Danke. ...den größten Drachentöter von allen... Die Klingen... Nun liegt unsere Aufgabe vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Braucht ihr etwas? Sehr schön. Das ist natürlich cool. Ähm... Quest nochmal. Bei meiner Ehre. Ich schwöre, Tamriel von Drachen zu säubern. Achso. Es gibt, glaub ich, überall Leute, die mir Schutz anbieten wollen. Mal schauen. Ob ich jemanden finde, der sich mir anschließen will. Und ich glaube, dass sogar in Weißlauf jemand ist, der sich den Klingen anschließen würde. Mir tut das jetzt ehrlich ein bisschen leid. Vielleicht gibt es da ja jemanden... Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Ich bin ein... Wozu soll man denn auch Kunst schaffen? Eine kluge Entscheidung. Geht voraus und ich werde folgen. Nach euch. Vielleicht sind das ja so Leute, die gerne zu dem Klingen wollen. Karte. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht sind das so Leute. Ja, nee. Ja, nee. Nee, nee. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Alter Schwede, ey. Wir haben das Spiel durch. Ich hätte nie gedacht, weil ich immer mich wie bei Doom davor gesträubt habe, das Spiel zu spielen. Weil das sowas von schwierig und groß ist, finde ich. Und jetzt... Braucht ihr etwas? Was gibt es? Das soll eine Klinge werden? Seid ihr sicher? Nun gut. Um den einen weiteren Rekruten kann ich wohl noch ausbilden. Ich glaube, danach sind wir bereit für unsere eigene kleine Drachenjagd. Achso, ist jetzt Delfin. Äh, Delfin sei schon. Die... Wie heißt sie? Ist jetzt Lydia. Auch eine... Alter Schwede. Geht jetzt Lydia zu den Klingen, oder was? Wer ist das? Delfin. Das glaube ich nämlich mittlerweile schon. Gehen wir ins Rand. Nein. Also die haben das hier echt aufgemacht. Meine Güte. Das ist die Frage. Wo sind sie alle? Da ist ein Schwert. Warte mal, warte mal. Ich steck mal. Eine Truhe. Ah, geil. Eine Klinge. Oh. Bekleidung. Big Mana. Ah, ne. So, jetzt Schilde klingt. Ne, Klingen Rüstung. Gut. Mal gucken. Objekte, Bekleidung. Ich hab die doch abgelegt. So, was kann ich denn noch ablegen? Das ist die Stimmung. Ich glaube. Da, 18. Klingen Stiefel. Genau wie Waffen. Okay. Bin ich zu schwer Ballast oder was wieder? Was soll das denn? So, ich muss auf jeden Fall mal was, äh, zu betrinken. Waffen. Aber, wick mal. Ups. Nochmal. Achso. Äh, Objekte, Waffen. Wow. Ist natürlich jetzt auch noch cool, wenn ich jetzt noch den Helm mitnehmen könnte. Ohne, dass ich... Äh, nein. Angie.